Herzlich Willkommen zum heutigen Video. Heute gibt es die versprochene Gewinnspielauflösung zu der Jahero, Jamero Box. Ja, es geht um dieses Video hier. Zu diesem Video habe ich ja ein Gewinnspiel veranstaltet und wie wir hier in der Videobeschreibung lesen können, steht hier, das Gewinnspiel läuft bis 21.03.23.59 und der Gewinner wird dann am 22.03. per Zufall ausgewählt und in einem Video verkündet. Jawohl, hier zur Info, wir haben heute den 22. März 2019, es ist mittlerweile 8.10 Uhr und wir werden jetzt das Gewinnspiel gemeinsam auflösen. Falls ihr irgendwie Hintergrundgeräusche hört oder sonst wie Lärm, ja, bei mir in der Straße ist seit heute früh eine ziemlich große Baustelle entstanden. Das nur zur Info. Gut, dann schauen wir mal hinein und zwar werden wir das Ganze mit dieser Software hier machen, dem YouTube Random Comment Picker. Dafür brauchen wir hier einfach mal die Video-URL, bedeutet, wir gehen hier auf das Video, holen uns den Link, dann begeben wir uns hier in das Video und dann gehen wir auf Get YouTube Comments. Jetzt werden hier alle Kommentare geladen, das sind echt einige, deswegen kann es ein bisschen dauern. Für euch zur Info, es gibt ja auch noch ein Gewinnspiel in dieser Jaheru, JaMero Box und das ist heute zu Ende. Und zwar geht es darum hier, wir haben es hier, also es gibt eine Gastrolle in einem Mero Video zu gewinnen und hier steht Teilnahmefrist bis einschließlich 22.03.2019. Deswegen habe ich auch das Gewinnspiel mit gestern beendet und werde das Ganze eben jetzt entsprechend auflösen, sodass, falls ihr wollt, noch die Chance habt, hier mitzumachen. Wie gesagt, die Box, um die es geht, die ist noch original verschweißt. Ich werde jetzt den glücklichen Gewinner rausziehen. Allerdings, wenn der, diejenige schnell genug ist und mir Bescheid gibt, kann ich natürlich auch die Box ein kleines Stück öffnen, um euch den Gewinnspiel-Cota noch rechtzeitig irgendwie per Insta oder so zu schicken, sodass ihr hier noch die Möglichkeit habt, teilzunehmen von eurer Seite aus. Oder ihr sagt, euch interessiert dieses Gewinnspiel eh nicht, dann schicke ich euch die Box natürlich gerne original verschweißt zu. Gut, wir schauen kurz zu den Kommentaren. Ja, also die Kommentare dürften alle gezählt worden sein. Dann gehen wir jetzt hier unten auf Start und dann wird einer dieser 7.020 Kommentare zufällig ausgelost. So, Pyro, RC und Co. herzlichen Glückwunsch, du bist der glückliche Gewinner. Mit diesem Kommentar hier, Hashtag JaHero, JaMero. Ich würde dich bitten, schreib mir bitte ganz schnell auf Instagram am besten und schick mir dort deine Kontaktdaten, also deine Adresse, dass ich dir die Box zusenden kann und auch im Idealfall noch, ob du an dem Gewinnspiel von der JaHero, JaMero Box heute noch schnell teilnehmen möchtest. Dann würde ich dir kurz die Box aufmachen und dir ein Foto von dem Gewinnspiel-Code schicken. Dann kannst du den noch einlösen. Ansonsten, wie gesagt, schicke ich dir die Box gerne original verschweißt zu. Ja, an alle, die nicht gewonnen haben, bitte nicht traurig sein. Es wird demnächst wieder ein Gewinnspiel geben. Das nächste Gewinnspiel startet schon nächste Woche und zwar am 29.3. bzw. am 28.3. kommt dann das nächste Gewinnspiel. Da habt ihr dann wieder die Möglichkeit, eine Box zu gewinnen. So was mache ich auf meinem Kanal regelmäßig. Ja, ansonsten war es das für heute. Macht's gut, schönes Wochenende, passt euch auf. Ciao.